Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty Black Ops 6. Ja, wir sind hier bei Black Ops 6, wie ich es ja angedeutet habe, ne, ich Depp, und haben in der letzten Folge so ein bisschen mit den Zombies zu kämpfen gehabt. Wir wollen da weitermachen und wir haben da schon gesehen, dass da irgendwas wieder auf uns wartet. Gespenstisch vielleicht, sowas ein Geistmäßiges, könnte man meinen. Ja, da bewegt sich auch alles. Also, es ist auf jeden Fall sehr beängstigend. Oh ja, da klingelt schon wieder das Telefon. Oh, weia. Ich glaube, Springer hat es bereits erwähnt, aber wir verlegen dich auf die 24-Stunden-Überwachung. Wir werden dich gelegentlich fesseln müssen. Das tut mir aufrichtig leid. Nur bis wir die jüngsten Verhaltensänderungen verstehen. Sicherheit hat höchste Priorität. Okay, gar kein Problem. Fesselt mich ruhig, ich steh drauf. Fesselt mich, knebelt mich. Haut mich, gibt mir Tiernamen. Er hat die Schlüsselkarte. Ähm. Und wie, 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 wie genau mache ich das? Wie spüre ich ihn auf? Schrotflinte. Irgendwas kann ich hier bestimmt klicken, damit irgendwas anderes passiert, ne? Da ist das Abspielgerät. Nur wenigen ist es vergönnt, Gemeinschaftsprojekte von innen zu sehen. Willkommen. Hier werden die Effekte luftübertragender Erreger auf städtische Umgebungen genauestens untersucht. Egal ob für Angriffs- oder Verteidigungszwecke. Es dient der Sicherheit von uns allen. East Berlin. Dann ist das Brandenburger Tor. Ah, da ist die Allee. Washington. Sieht ähnlich aus. Ich höre doch hier Türen, oder habe ich eine Vollklatsche? Wie genau finde ich ihn? Oder S, oder... Ich höre Türen knatschen, sehe aber keine öffnen. Dann finde ich ja auch hier. Verwirrend, ich kann auch nicht irgendwie Was drücken oder Oh, Money Was übersehe ich? Ich weiß nicht mal, wonach ich suche Irgendwas Geistmäßiges Das ist soweit klar Und hier liegen wirklich sehr viele Waffen rum Ich bin Godzilla und laufe durch Washington Ich bin Godzilla und laufe durch Was? Ne, das hier ist Washington Ich bin Godzilla und laufe durch West-Berlin Nur wenigen ist es vergönnt, Gemeinschaftsprojekte von innen zu sehen Willkommen! Hier werden die Effekte luftübertragender Erreger auf städtische Umgebungen genauestens untersucht Egal ob für Angriffs- oder Verteidigungszwecke Es dient der Sicherheit von uns allen Nur wenigen ist es vergönnt, Gemeinschaftsprojekte von innen zu sehen Okay, okay, okay Hier ist verschlossen Aber gegen was kämpfe ich? Oder gegen was soll ich kämpfen? Wir beobachten jetzt einfach mal die Umgebung hier Hmm Also ich hör permanent irgendwelche Türen, aber ich seh nix. Moskau. Okay, das ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Zeig dich, du Monster. Wo bist du? Monsterline. Nachricht von Sam. Sam, wo bist du? Kann ich von hier alle Türen sehen, ja. Nur die Tür hinter mir nicht. Hat das überhaupt was mit den Türen zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht sucht er mich manchmal, deshalb das Auge dann da oben. Oder kommt das immer im selben Moment? Da war es wieder. Also ich bin maßlos überfragt. Okay. Das war's für heute. Okay, das Glas ist auf jeden Fall unkaputtbar. Haben die Fernseher vielleicht was damit zu tun? Das war's für heute. Ich hab echt null Ahnung. Das war's für heute. Hmm. Hat das damit zu tun? Das war's für heute. Oh, da hängen ja noch mehr. Oh, was mach ich denn da? Ich weiß halt nicht mehr, ob das Sinn ergibt, ne? Oh, das war's für heute. Ich hab echt keinen blassen Schimmer. Oh, das war's für heute. Was ist das hier? Was ist das hier? Ein Pixel oder das? Was muss ich machen? Und das war's für heute? Oh, das war's für heute. Mehr Fernseher. Mehr Fernseher gibt es nicht, oder? Ich hab's für heute. Oh, das war's 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 für heute. Ich bin maßlos überfragt. Oh, das war's für heute. 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 Ich hab echt keine Ahnung. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Nein. Hallo? Ich schlag jetzt einfach mal wie blödel hier rum. Vielleicht treffe ich ihn ja. Vielleicht ist er hier irgendwo was und ich treffe ihn. Ich schlag jetzt auf den Weg. Aber ich seh ihn trotzdem nicht Da hinten war ihm das Licht oder da? Das Spiel hat doch ne Vollmeise Das Spiel hat doch nicht ich bin maßlos überfragt entweder fehlt die Sequenz die den Kampf einleitet kann ich neu laden letzter Kontrollpunkt ja bitte da guck mal ich bin Venom fuck okay er versteckt sich wieder aber wie finde ich ihn oh Okay, ich glaube, er ist weiter dahin. Oh, was mache ich denn da? Oh, was mache ich denn da? Keine Ahnung, wo er ist. Oh, oh. Oh, oh, oh. Die kommen alle, oh. Oh, Himmelarsch. Finde ihn. Warte, wir werden mal Munition auffüllen. Wo? Warte, wir werden mal Munition auffüllen. 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 Ach, wir werden mal Munition auffüllen. Was da drin bewegt. Was da drin bewegt sich sogar. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.